Nach dem Referendariat musste ich mich für einen Beruf entscheiden. Ich ließ mir eine Weile Zeit. Gertrud fing sofort als Richterin an, hatte alle Hände voll zu tun, und wir waren froh, dass ich zu Hause bleiben und mich um Julia kümmern konnte. Als Gertrud die Schwierigkeiten des Anfangs überwunden hatte und Julia in den Kindergarten kam, drängte die Entscheidung. Ich tat mich schwer. Ich sah mich in keiner der Rollen, in denen ich beim Prozess gegen Hanna Juristen erlebt hatte. Anklagen kam mir als ebenso groteske Vereinfachung vor wie Verteidigen, und Richten war unter den Vereinfachungen überhaupt die groteskeste. Ich konnte mich auch nicht als Verwaltungsbeamten sehen. Ich hatte als Referendar auf dem Landratsamt gearbeitet und dessen Zimmerkorridore Geroch und Bedienstete grau, steril und trist gefunden. Das ließ nicht mehr viele juristische Berufe übrig, und ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ein Professor für Rechtsgeschichte mir nicht angeboten hätte, bei ihm zu arbeiten. Gertrud sagte, das sei eine Flucht, eine Flucht vor der Herausforderung und Verantwortung des Lebens, und sie hatte recht, ich floh und war erleichtert, fliehen zu können. Es sei ja nicht für immer, sagte ich ihr und mir. Ich sei jung genug, um auch nach ein paar Jahren Rechtsgeschichte noch jeden handfesten juristischen Beruf zu ergreifen, aber es war für immer. Der ersten Flucht folgte die nächste, als ich von der Universität an eine Forschungseinrichtung wechselte und dort eine Nische suchte und fand, in der ich meinen rechtsgeschichtlichen Interessen nachgehen konnte, niemanden brauchte und niemanden störte. Nun ist Flucht nicht nur weglaufen, sondern auch ankommen, und die Vergangenheit, in der ich als Rechtshistoriker ankam, war nicht weniger lebensvoll als die Gegenwart. Es ist auch nicht so, wie der Außenstehende vielleicht annehmen möchte, dass man die vergangene Lebensfülle nur beobachtet, während man an der Gegenwärtigen teilnimmt. Geschichte treiben heißt, Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen und beide Ufer beobachten und an beiden tätig werden. Eines meiner Forschungsgebiete wurde das Recht im Dritten Reich, und hier ist besonders augenfällig, wie Vergangenheit und Gegenwart in eine Lebenswirklichkeit zusammenschießen, Flucht ist hier nicht die Beschäftigung mit der Vergangenheit, sondern gerade die entschlossene Konzentration auf Gegenwart und Zukunft, die blind ist für das Erbe der Vergangenheit, von dem wir geprägt sind und mit dem wir leben müssen. Dabei will ich nicht die Befriedigung verhehlen, die ich dem Eintauchen in Vergangenheiten verdanke, deren Bedeutung für die Gegenwart geringer ist. Das erste Mal habe ich sie empfunden, als ich über Gesetzeswerke und Entwürfe der Aufklärung arbeitete. Getragen waren sie von dem Glauben, dass in der Welt eine gute Ordnung angelegt ist und dass die Welt daher auch in eine gute Ordnung gebracht werden kann. Zu sehen, wie aus diesem Glauben Paragrafen als feierliche Wächter der guten Ordnung geschaffen und zu Gesetzen gefügt wurden, die schön seien und mit ihrer Schönheit den Beweis für ihre Wahrheit antreten wollten, hat mich beglückt. Lange glaubte ich, dass es einen Fortschritt in der Geschichte des Rechts gibt, trotz furchtbarer Rückschläge und Schritte, eine Entwicklung zu mehr Schönheit und Wahrheit, Rationalität und Humanität. Seit mir klar ist, dass dieser Glaube eine Schimäre ist, spiele ich mit einem anderen Bild vom Gang der Rechtsgeschichte. Darin ist er zwar zielgerichtet, aber das Ziel, bei dem er nach vielfältigen Erschütterungen, Verwirrungen und Verblendungen ankommt, ist der Anfang, von dem er ausgegangen ist und von dem er kaum angekommen erneut ausgehen muss. Ich las damals die Odyssee wieder, die ich erstmals in der Schule gelesen und als die Geschichte einer Heimkehr in Erinnerung behalten hatte. Aber es ist nicht die Geschichte einer Heimkehr. Wie sollten die Griechen, die wissen, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigt, auch an Heimkehr glauben? Odysseus kehrt nicht zurück, um zu bleiben, sondern um erneut aufzubrechen. Die Odyssee ist die Geschichte einer Bewegung, zugleich zielgerichtet und ziellos, erfolgreich und vergeblich. Was ist die Geschichte des Rechts anderes? Mit der Odyssee habe ich angefangen. Ich las sie, nachdem Gertrud und ich uns getrennt hatten. In vielen Nächten konnte ich nur wenige Stunden schlafen, ich lag wach und wenn ich das Licht anmachte und ein Buch zur Hand nahm, fielen mir die Augen zu. Und wenn ich das Buch weglegte und das Licht ausschalte, da war ich wieder wach. So las ich laut. Dabei fielen mir die Augen nicht zu. Und weil im Wirren von Erinnerungen und Träumen durchsetzten, in quälenden Zirkeln kreisenden, halbwachen Nachdenken über meine Ehe und meine Tochter und mein Leben Hannah immer wieder dominierte, las ich für Hannah, ich las für Hannah auf Kassetten. Bis ich die Kassetten abschickte, dauerte es mehrere Monate. Zuerst wollte ich keine Teile schicken und wartete, bis ich die ganze Odyssee aufgenommen hatte. Dann wurde mir fraglich, ob Hannah die Odyssee hinreichend interessant finden würde. Und ich nahm auf, was ich nach der Odyssee las, Erzählungen von Schnitzler und Schähoff. Dann schob ich vor mir her, bei dem Gericht anzurufen, von dem Hannah verurteilt worden war, und herauszufinden, wo sie ihre Strafe verbüßte. Schließlich hatte ich alles zusammen, Hannas Adresse in einem Gefängnis in der Nähe der Stadt, in der ihr der Prozess gemacht und sie verurteilt worden war, ein Kassettengerät und die Kassetten von Schähoff-Überschnitzler zu Homer nummeriert. Und schließlich schickte ich das Paket mit dem Kassettengerät und den Kassetten auch ab. Ich habe unlängst das Heft gefunden, in das ich eintrug, was ich für Hannah im Lauf der Jahre aufgenommen habe. Die ersten zwölf Titel sind offensichtlich gleichzeitig notiert. Ich habe wohl zunächst drauflos gelesen und dann gemerkt, dass ich ohne Notizen nicht behalte, was ich schon gelesen habe. Bei den folgenden Titeln findet sich manchmal ein Datum, manchmal keines. Aber auch ohne Daten weiß ich, dass ich Hannah die erste Sendung im achten und die letzte im achtzehnten Jahr ihrer Haft geschickt habe. Im achtzehnten Jahr wurde ihrem Gnadengesuch stattgegeben. Weithin las ich Hannah vor, was ich selbst gerade lesen mochte. Bei der Odyssee fiel es mir anfangs nicht leicht, beim lauten Vorlesen so konzentriert aufzunehmen wie beim leisen Lesen für mich. Das gab sich. Als Nachteil des Vorlesens blieb, dass es länger dauerte. Aber dafür haftete das Vorgelesen auch besser im Gedächtnis. Noch heute erinnere ich mich an manches besonders deutlich. Ich las aber auch vor, was ich schon kannte und liebte. So bekam Hannah viel, Keller und Fontane zu hören, Heine und Mörike. Lange wagte ich mich nicht ans Vorlesen von Gedichten. Aber dann macht es mir viel Spaß und ich lernte eine ganze Reihe der vorgelesenen Gedichte auswendig. Ich kann sie noch heute aufsagen. Insgesamt weisen die Titel des Hefts ein großes bildungsbürgerliches Urvertrauen aus. Ich erinnere mich auch nicht mehr jemals die Frage gestellt zu haben, ob ich über Kafka, Frisch, Jonsson, Bachmann und Lenz hinausgehen und experimentelle Literatur, Literatur, in der ich die Geschichte nicht erkenne und keine der Personen mag, vorlesen sollte. Es verstand sich für mich, dass experimentelle Literatur mit dem Leser experimentiert. Und das brauchten weder Hannah noch ich. Als ich selbst zu schreiben begann, laß ich ihr auch das vor. Ich wartete, bis ich mein handschriftliches Manuskript diktiert, das Maschinenschriftliche überarbeitet und das Gefühl hatte, jetzt sei es fertig. Beim Vorlesen merkte ich, ob das Gefühl stimmte. Wenn nicht, konnte ich alles nochmal überarbeiten und eine neue Aufnahme über die alte spielen. Aber ich machte das nicht gerne. Ich wollte mit dem Vorlesen abschließen. Hannah wurde die Instanz, für die ich nochmal alle meine Kräfte, alle meine Kreativität, alle meine kritische Fantasie bündelte. Danach konnte ich das Manuskript an den Verlag schicken. Ich habe auf den Kassetten keine persönlichen Bemerkungen gemacht, nicht nach Hannah gefragt, nicht von mir berichtet. Ich las den Titel vor, den Namen des Autos und den Text. Wenn der Text zu Ende war, wartete ich einen Moment, klappte das Buch zu und drückte die Stopptaste. Im vierten Jahr unseres wortreichen, wortkargen Kontakts kam ein Gruß. Das Papier war liniert, eine aus einem Schreibheft herausgerissene und glatt geschnittene Seite. Der Gruß stand ganz oben und füllte drei Zeilen. Er war mit blauem, schmierendem Kugelschreiber geschrieben. Hannah hatte den Stift mit viel Kraft geführt. Die Schrift drückte auf die Rückseite durch. Auch die Adresse hatte sie mit viel Kraft geschrieben. Der Abdruck fand sich lesbar auf der unteren und auf der oberen Hälfte des in der Mitte gefalteten Papiers. Auf den ersten Blick hätte man meinen können, es sei eine Kinderschrift. Aber was an der Schrift von Kindern ungelenk und unbeholfen ist, war hier gewaltsam. Man sah den Widerstand, den Hannah überwinden musste, um die Linien zu Buchstaben und die Buchstaben zu Wörtern zu fügen. Die Kinderhand will hierhin und dorthin abschweifen und muss in der Bahn der Schrift gehalten werden. Hannahs Hand wollte nirgendwo hin und musste vorangezwungen werden. Die Linien, die die Buchstaben formten, setzten immer wieder neu an, beim Aufstrich, beim Abstrich, vor den Bogen und Schleifen. Und jeder Buchstabe war neu erkämpft und hatte eine neue Schräg- oder Steilrichtung, oft auch eine falsche Höhe und Breite. Ich las den Gruß und war erfüllt von Freude und Jubel. Sie schreibt! Sie schreibt! Was immer ich in all den Jahren über Analphabetismus hatte finden können, hatte ich gelesen. Ich wusste von der Hilflosigkeit bei alltäglichen Lebensvollzügen, beim Finden eines Wegs und einer Adresse oder beim Wählen eines Gerichts im Restaurant, von der Ängstlichkeit, mit der der Analphabet vorgegebenen Mustern und bewährten Routinen folgt, von der Energie, die das Verbergen der Lese- und Schreibunfähigkeit erfordert und vom eigentlichen Leben abzieht. Analphabetismus ist Unmündigkeit. In dem Hanna den Mut gehabt hatte, Lesen und Schreiben zu lernen, hatte sie den Schritt aus der Unmündigkeit zur Mündigkeit getan. Einen aufklärerischen Schritt. Dann betrachtete ich Hannas Schrift und sah, wie viel Kraft und Kampf sie das Schreiben gekostet hatte. Ich war stolz auf sie. Zugleich war ich traurig über sie. Traurig über ihr verspätetes und verfehltes Leben. Traurig über die Verspätungen und Verfehlungen des Lebens insgesamt. Ich dachte, wenn die rechte Zeit verpasst ist, wenn einer etwas zu lange verweigert hat, wenn einem etwas zu lange verweigert wurde, kommt es zu spät. Selbst wenn es schließlich mit Kraft angegangen und mit Freude empfangen wird. Oder gibt es zu spät nicht? Gibt es nur spät? Und ist spät allemal besser als nie? Ich weiß es nicht. Nach dem ersten Gruß kamen die nächsten. In steter Folge immer waren es wenige Zeilen. Ein Dank, ein Wunsch, vom selben Autor mehr oder auch nichts mehr zu hören. Eine Bemerkung über einen Autor oder ein Gedicht oder eine Geschichte oder eine Person aus einem Roman. Eine Beobachtung aus dem Gefängnis. Im Hof blühen schon die Vorsützchen. Oder ich mag, dass es in diesem Sommer so viele Gewitter gibt. Oder aus dem Fenster sehe ich, wie sich die Vögel zum Flug nach Süden sammeln. Oft haben mich erst Hannas Mitteilungen, die Vorsützchen, Sommergewitter oder Vogelscharen wahrnehmen lassen. Ihre Bemerkungen über Literatur trafen oft erstaunlich genau. Schnitzler bellt, Stefan Zweig ist ein toter Hund. Oder Keller braucht eine Frau. Oder die Gedichte von Goethe sind wie kleine Bilder in schönen Rahmen. Oder Lenz schreibt sicher auf der Schreibmaschine. Da sie über die Autoren nichts wußte, setzte sie sie als Zeitgenossen voraus, solange es sich nicht eindeutig verbot. Ich war verblüfft, wie viel ältere Literatur sich in der Tat lesen lässt, als sei sie heutig. Und wer nichts über Geschichte weiß, kann erst recht in den Lebensumständen früherer Zeiten einfach die Lebensumstände ferner Gegenden sehen. Ich habe Hanna nie geschrieben, aber ich habe ihr immer weiter vorgelesen. Als ich ein Jahr in Amerika verbrachte, schickte ich von dort Kassetten. Wenn ich in Urlaub fuhr oder besonders viel Arbeit hatte, konnte es länger dauern, bis die nächste Kassette fertig wurde. Ich habe keinen festen Rhythmus etabliert, sondern Kassetten mal wöchentlich oder vierzehntägig und mal auch erst nach drei oder vier Wochen geschickt. Dass Hanna jetzt, nachdem sie selbst lesen gelernt hatte, meine Kassetten nicht mehr brauchen könnte, hat mich nicht beschäftigt. Mochte sie außerdem lesen. Das Vorlesen war meine Art zu ihr, mit ihr zu sprechen. Ich habe alle ihre Grüße aufgehoben. Die Schrift wandelt sich. Zuerst zwingt sie die Buchstaben in die gleiche Schrägrichtung und in die richtige Höhe und Breite. Nachdem sie das geschafft hat, kann sie leichter und sicherer werden. Flüssig wird sie nie. Aber sie gewinnt etwas von der strengen Schönheit, die den Schriften alter Leute eignet, die im Leben wenig geschrieben haben. Ich habe mir damals keine Gedanken darüber gemacht, dass Hanna eines Tages entlassen würde. Der Austausch von Grüßen und Kassetten war so normal und vertraut und Hanna mir auf so freie Weise, sowohl nah als auch fern, dass ich den Zustand hätte fort- und fortdauern lassen können. Das war bequem und egoistisch, ich weiß. Dann kam der Brief der Leiterin des Gefängnisses. Seit Jahren stehen Frau Schmitz und sie in brieflichem Austausch. Es ist der einzige Kontakt, den Frau Schmitz nach draußen hat. Und so wende ich mich an sie, obwohl ich nicht weiß, wie eng sie verbunden und ob sie Verwandter oder Freund sind. Nächstes Jahr wird Frau Schmitz wieder ein Gnadengesuch stellen und ich gehe davon aus, dass der Gnadenausschuss ihm stattgeben wird. Sie wird dann bald entlassen werden. Nach 18 Jahren Haft. Natürlich können wir ihr Wohnung und Arbeit besorgen, beziehungsweise zu besorgen versuchen. Mit Arbeit wird es in ihrem Alter schwierig werden, auch wenn sie noch völlig gesund ist und in unserer Näherei großes Geschick zeigt. Aber besser als wenn wir uns darum kümmern, ist es, wenn Verwandte oder Freunde es tun und die Entlassene in ihrer Nähe haben und begleiten und stützen. Sie können sich nicht vorstellen, wie einsam und hilflos man nach 18 Jahren Haft draußen sein kann. Frau Schmitz kann sich ziemlich gut selbst helfen und kommt auch allein zurecht. Es wäre ausreichend, wenn sie ihr eine kleine Wohnung und Arbeit fänden, sie in den ersten Wochen und Monaten gelegentlich besuchen und einladen könnten und sich darum kümmerten, dass sie von den Angeboten der Kirchengemeinde, Volkshochschule, Familienbildungsstätte und so weiter erfährt. Außerdem ist es nicht leicht, nach 18 Jahren erstmals in die Stadt zu gehen, einzukaufen, bei Behörden vorzusprechen, ein Restaurant aufzusuchen. Es macht sich in Begleitung leichter. Ich habe bemerkt, dass Sie Frau Schmitz nicht besuchen. Täten Sie es, dann würde ich Ihnen nicht schreiben, sondern Sie anlässlich eines Besuchs zu einem Gespräch bitten. Nun geht es nicht anders, als dass Sie sie vor Ihrer Entlassung besuchen. Bitte schauen Sie bei dieser Gelegenheit doch bei mir vorbei. Nein, der Brief schloß mit herzlichen Grüßen, die ich nicht auf mich, sondern darauf bezog, dass der Leiterin das Anliegen ein Herzensanliegen war. Ich hatte schon von ihr gehört, ihre Anstalt galt als außergewöhnlich, und ihre Stimme hatte in Fragen der Reform des Strafvollzugs Gewicht. Mir gefiel ihr Brief, aber mir gefiel nicht, was auf mich zukam. Natürlich musste ich mich um Arbeit und Wohnung kümmern und habe es auch getan. Freunde, die die Einliegerwohnung in ihrem Haus weder benutzten noch vermieteten, waren bereit, sie für eine geringe Miete Hannah zu überlassen. Der griechische Schneider, bei dem ich gelegentlich Kleider ändern ließ, wollte Hannah beschäftigen. Seine Schwester, die die Schneiderei mit ihm zusammenbetrieb, zuges zurück nach Griechenland. Ich habe mich auch schon lange, bevor Hannah etwas damit anfangen konnte, um die sozialen und Bildungsangebote kirchlicher und weltlicher Einrichtungen gekümmert. Aber den Besuch bei Hannah schob ich vor mir her. Gerade weil sie mir auf so freie Weise sowohl nah als auch fern war, wollte ich sie nicht besuchen. Ich hatte das Gefühl, sie könne, was sie mir war, nur in der realen Distanz sein. Ich hatte Angst, die kleine, leichte, geborgene Welt der Grüße und Kassetten sei zu künstlich und zu verletzlich, als dass sie die reale Nähe aushalten könnte. Wie sollten wir uns von Angesicht zu Angesicht begegnen, ohne dass alles hochkam, was zwischen uns geschehen war? So ging das Jahr dahin, ohne dass ich im Gefängnis gewesen wäre. Von der Leiterin des Gefängnisses habe ich lange nichts gehört. Ein Brief, in dem ich von der Wohnungs- und Arbeitssituation berichtete, die Hannah erwartete, blieb unbeantwortet. Sie rechnete wohl damit, mich anlässlich meines Besuchs bei Hannah zu sprechen. Sie konnte nicht wissen, dass ich diesen Besuch nicht nur hinausschob, sondern mich vor ihm drückte. Aber schließlich fiel die Entscheidung, dass Hannah begnadigt und entlassen werden wollte. Und die Leiterin rief mich an, ob ich jetzt kommen könne. In einer Woche komme Hannah raus. Am nächsten Sonntag war ich bei ihr. Es war mein erster Besuch in einem Gefängnis. Ich wurde am Eingang kontrolliert, und auf dem Weg wurden mehrere Türen auf- und zugeschlossen. Aber der Bau war neu und hell, und im inneren Bereich standen die Türen auf und bewegten die Frauen sich frei. Am Ende des Gangs ging eine Tür ins Freie, auf eine belebte kleine Wiese mit Bäumen und Bänken. Ich sah mich suchend um. Die Wärterin, die mich geführt hatte, zeigte auf eine nahe Bank im Schatten einer Kastanie. Hannah? Die Frau auf der Bank war Hannah? Graue Haare, ein Gesicht mit tiefen, senkrechten Furchen in der Stirn, in den Backen, um den Mund, und ein schwerer Leib. Sie trug ein zu enges, an Brust, Bauch und Schenkeln spannendes hellblaues Kleid. Ihre Hände lagen im Schoß und hielten ein Buch. Doch sie las nicht darin, über den Rand ihrer Lese-Halbbrille schaute sie einer Frau zu, die ein paar Spatzen Brotkrumme um Brotkrumme vorwarf. Dann merkte sie, daß sie beobachtet wurde, und wandte mir ihr Gesicht zu. Ich sah die Erwartung in ihrem Gesicht, sah es in Freude aufglänzen, als sie mich erkannte. Ich sah ihre Augen, mein Gesicht abtasten, als ich näher kam, sah ihre Augen suchen, fragen, unsicher und verletzt schauen, und sah ihr Gesicht erlöschen. Als ich bei ihr war, lächelte sie ein freundliches, müdes Lächeln. »Du bist groß geworden, Jungchen!« Ich setzte mich neben sie, und sie nahm meine Hand. Ich hatte ihren Geruch früher besonders geliebt. Sie roch immer frisch, frisch gewaschen oder nach frischer Wäsche oder nach frischem Schweiß oder frisch geliebt. Manchmal nahm sie Parfum, ich weiß nicht was für eines, und auch dessen Duft war mehr als alles andere frisch. Unter diesen frischen Gerüchen lag noch ein anderer, ein schwerer, dunkler, herber Geruch. Oft habe ich an ihr geschnüffelt wie ein neugieriges Tier, habe an Hals und Schultern angefangen, die frisch gewaschen rochen, habe zwischen den Brüsten den frischen Schweißgeruch eingesogen, der sich in den Achselhöhlen mit dem anderen Geruch mischtete, fand diesen schweren, dunklen Geruch um Taille und Bauch fast pur, und zwischen den Beinen in einer fruchtigen Färbung, die mich erregte. Habe auch ihre Beine und Füße beschnuppert, die Schenkel, an denen sich der schwere Geruch verlor, die Kniekehlen noch mal mit leichtem, frischem Schweißgeruch, und die Füße mit dem Geruch von Seife oder Leder oder Müdigkeit. Rücken und Arme hatten keinen besonderen Geruch, rochen nach nichts und rochen doch nach ihr, und in den Handflächen war der Duft des Tages und der Arbeit, die Druckerschwärze der Fahrscheine, das Metall der Zange, Zwiebeln oder Fisch oder gebratenes Fett, Waschlauge oder Bügelhitze. Werden sie gewaschen, verraten Hände zunächst nichts von alledem, aber die Seife hat die Gerüche nur überdeckt, und nach einer Weile sind sie wieder da, schwach, verschmolzen in einen einzigen Tages- und Arbeitsduft, in den Duft des Tages- und Arbeitsendes des Abends, der Heimkehr und des Daheimseins. Ich saß neben Hannah und roch eine alte Frau. Ich weiß nicht, was diesen Geruch ausmacht, den ich von Großmüttern und alten Tanten kenne, und der in Altersheimen, in den Zimmern und Fluren hängt wie ein Fluch. Hannah war zu jung für ihn. Ich rückte näher, ich hatte gemerkt, dass ich sie zuvor enttäuscht hatte, und wollte es jetzt besser und wieder gut machen. Ich freue mich, dass Du rauskommst. Ja? Ja. Und ich freue mich, dass Du in der Nähe sein wirst. Ich erzählte ihr von der Wohnung und Arbeit, die ich für sie gefunden hatte, von den kulturellen und sozialen Angeboten im Stadtviertel, von der Stadtbücherei. Liest Du viel? Es geht so. Vorgelesen bekommen ist schöner. Sie sah mich an. Damit ist jetzt Schluss, nicht wahr? Warum soll damit Schluss sein? Aber ich sah mich weder Kassetten für sie besprechen, noch ihr begegnen und vorlesen. Ich habe mich so gefreut und Dich so bewundert, dass Du lesen gelernt hast. Und was hast Du mir für schöne Briefe geschrieben. Das stimmte, ich hatte sie bewundert und mich gefreut, darüber, dass sie las und darüber, dass sie mir schrieb. Aber ich spürte, wie wenig meine Bewunderung und Freude dem angemessen waren, was Hanna, das Lesen und Schreiben lernen, gekostet haben musste. Wie dürftig sie waren, wenn sie mich nicht einmal dazu hatte bringen können, ihr zu antworten, sie zu besuchen, mit ihr zu reden. Ich hatte Hanna eine kleine Nische zugebilligt, durchaus eine Nische, die mir wichtig war, die mir etwas gab und für die ich etwas tat, aber keinen Platz in meinem Leben. Aber warum hätte ich ihr einen Platz in meinem Leben zubilligen sollen? Ich empörte mich gegen das schlechte Gewissen, das ich bei dem Gedanken bekam, sie auf eine Nische reduziert zu haben. Hast Du vor dem Prozess und das, was in dem Prozess zur Sprache kam, eigentlich nie gedacht? Ich meine, hast Du nie daran gedacht, wenn wir zusammen waren, wenn ich Dir vorgelesen habe? Beschäftigt Dich das sehr? Aber sie wartete nicht auf eine Antwort. Ich hatte immer das Gefühl, dass mich ohnehin keiner versteht, dass keiner weiß, wer ich bin und was mich hierzu und dazu gebracht hat. Und weißt Du, wenn keiner Dich versteht, dann kann auch keiner Rechenschaft von Dir fordern. Auch das Gericht konnte nicht Rechenschaft von mir fordern. Aber die Toten können es. Sie verstehen. Dafür müssen Sie gar nicht dabei gewesen sein. Aber wenn Sie es waren, verstehen Sie besonders gut. Hier im Gefängnis waren Sie viel bei mir. Sie kamen jede Nacht, ob ich Sie haben wollte oder nicht. Vor dem Prozess habe ich Sie, wenn Sie kommen wollten, noch verscheuchen können. Sie wartete, ob ich etwas dazu sagen würde, aber mir fiel nichts ein. Dass ich nichts verscheuchen könne, hatte ich zunächst sagen wollen, aber es stimmte nicht. Man verscheucht jemanden auch, indem man ihn in eine Nische stellt. Bist Du verheiratet? Ich war's. Gertrud und ich sind seit vielen Jahren geschieden. Und unsere Tochter lebt im Internat. Ich hoffe, dass sie für die letzten Schuljahre nicht dort bleiben, sondern zu mir ziehen will. Jetzt wartete ich, ob sie etwas dazu sagen oder fragen würde, aber sie schwieg. Ich hole Dich nächste Woche ab, ja? Ja. Ganz still, oder darf es ein bisschen lauter und lustiger sein? Ganz still. Gut. Ich hole Dich ganz still und ohne Musik und Champagner ab. Ich stand auf und auch Sie stand auf. Wir sahen einander an. Es hatte zweimal geklingelt, und die anderen Frauen waren schon ins Haus gegangen. Wieder tasteten ihre Augen mein Gesicht ab. Ich nahm sie in die Arme, aber sie fühlte sich nicht richtig an. Mach's gut, Jungschen. Du auch. So nahmen wir Abschied, noch ehe wir uns im Hause trennen mußten. Die kommende Woche war besonders geschäftig. Ich weiß nicht mehr, ob ich mit dem Vortrag, an dem ich arbeitete, auch unter Zeitdruck stand, oder ob ich mich nur unter Arbeits- und Erfolgsdruck gesetzt hatte. Die Vorstellung, mit der ich die Arbeit im Vortrag begonnen hatte, taugte nichts. Als ich sie zu überprüfen begann, stieß ich, wo ich Sinn und Regelhaftigkeit erwartet hatte, auf eine Zufälligkeit nach der anderen. Statt mich damit abzufinden, suchte ich weiter, gehetzt, verbissen, ängstlich, als gehe mit meiner Vorstellung von der Wirklichkeit diese selbst fehl. Und ich war bereit, die Befunde zu verdrehen, aufzubauschen oder runterzuspielen. Ich geriet in einen Zustand eigentümlicher Unruhe. Schlief zwar ein, wenn ich spät ins Bett ging, war aber nach wenigen Stunden hellwach, bis ich mich entschloß, aufzustehen und weiterzulesen oder zu schreiben. Ich tat auch, was in Vorbereitung auf die Entlassungen zu tun war. Ich richtete Hannas Wohnung ein, mit Ikea-Möbeln und ein paar alten Stücken, avisierte Hanna dem griechischen Schneider und brachte die Informationen über soziale und Bildungsangebote auf den neuesten Stand. Ich kaufte Vorräte, stellte Bücher ins Regal und hängte Bilder auf. Ich ließ einen Gärtner kommen, der den kleinen Garten pflegte, der die vor dem Wohnzimmer gelegene Terrasse umgab. Ich tat auch dies eigentümlich gehetzt und verbissen. Es war mir alles zu viel. Aber es war mir gerade genug, um nicht an den Besuch bei Hanna denken zu müssen. Nur manchmal, wenn ich Auto fuhr oder müde am Schreibtisch saß oder wach im Bett lag oder in Hannas Wohnung war, wurde der Gedanke daran übermächtig und trat Erinnerungen los. Ich sah sie auf der Bank, den Blick auf mich gerichtet, sah sie im Schwimmbad, das Gesicht mir zugewandt und hatte wieder das Gefühl, sie verraten zu haben und an ihr schuldig geworden zu sein. Und wieder empörte ich mich gegen das Gefühl und klagte sie an und fand billig und einfach, wie sie sich aus ihrer Schuld gestohlen hatte, nur die Toten Rechenschaft fordern zu lassen, Schuld und Sühne auf schlechten Schlaf und schlimme Träume reduzieren. Wo blieben da die Lebenden? Aber was ich meinte, waren nicht die Lebenden, sondern war ich. Hatte ich nicht auch Rechenschaft von ihr zu fordern? Wo blieb ich? Am Nachmittag, bevor ich sie abholen sollte, rief ich im Gefängnis an. Zuerst sprach ich mit der Leiterin. Ich bin ein wenig nervös. Wissen Sie, normalerweise wird niemand nach so langer Haft entlassen, bevor er nicht zunächst stunden- oder tageweise draußen war. Frau Schmitz hat das verweigert. Sie wird sich morgen nicht leicht tun. Ich wurde mit Hanna verbunden. Überleg dir, was wir morgen machen, ob du gleich zu dir nach Hause willst oder ob wir den Wald oder den Fluß wollen. Ich überleg's mir. Du bist immer noch ein großer Planer, nicht wahr? Das ärgerte mich. Es ärgert mich, wie wenn mir Freundinnen gelegentlich sagen, ich sei nicht spontan genug, funktioniere zu sehr über den Kopf statt über den Bauch. Sie merkte in meinem Schweigen meinen Ärger und lachte. Ergere dich nicht, Jungchen. Ich hab's nicht böse gemeint. Ich hatte Hanna auf der Bank als alte Frau wiedergetroffen. Sie hatte ausgesehen wie eine alte Frau und gerochen wie eine alte Frau. Ich hatte gar nicht auf ihre Stimme geachtet. Ihre Stimme war ganz jung geblieben. Am nächsten Morgen war Hanna tot. Sie hatte sich bei Tagesanbruch erhängt. Als ich kam, wurde ich zur Leiterin gebracht. Erstmals sah ich sie, eine kleine, dünne Frau mit dunkelblonden Haaren und Brille. Sie wirkte unscheinbar, bis sie zu reden begann. Mit Kraft und Wärme und strengem Blick und energischen Bewegungen der Hände und Arme. Sie fragte mich nach dem Telefongespräch vom letzten Abend und der Begegnung vor einer Woche, ob ich etwas geahnt, gefürchtet hätte. Ich verneinte. Es hatte auch keine Ahnung oder Befürchtung gegeben, die ich verdrängt hatte. Woher kennen Sie sich? Wir wohnten in der Nähe. Sie sah mich prüfend an und ich merkte, dass ich noch mehr sagen musste. Wir wohnten in der Nähe und haben uns kennengelernt und befreundet. Als junger Student war ich dann beim Prozess, bei dem sie verurteilt wurde. Wieso haben Sie Frau Schmitz Kassetten geschickt? Ich schwieg. Sie wussten, dass sie Analphabetin war, nicht wahr? Woher wussten Sie es? Ich zuckte mit den Schultern. Ich sah nicht, was Hannas und meine Geschichte sie anging. Ich hatte Tränen in Brust und Hals und Angst, nicht reden zu können. Ich wollte vor ihr nicht weinen. Sie hat wohl gesehen, wie es um mich stand. Kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen Frau Schmitz Zelle. Sie ging voraus, drehte sich aber immer wieder um, um mir etwas zu berichten oder zu erklären. Hier habe es einen Anschlag von Terroristen gegeben. Hier sei die Näherei, in der Hanna gearbeitet hatte. Hier habe Hanna einmal einen Sitzstreik gemacht, bis die Streichung der Bibliotheksmittel korrigiert wurde. Hier gehe es zur Bibliothek. Vor der Zelle blieb sie stehen. Frau Schmitz hat nicht gepackt. Sie sehen die Zelle so, wie sie in ihr gelebt hat. Bett, Schrank, Tisch und Stuhl, an der Wand über dem Tisch ein Regal, in der Ecke hinter der Tür Waschbecken und Klo. Statt eines Fensters Glasbausteine. Der Tisch war leer. Im Regal standen Bücher, ein Wecker, ein Stoffbär, zwei Becher, Pulverkaffee, Teedosen, das Kassettengerät und in zwei niedrigen Fächern die von mir besprochenen Kassetten. Es sind nicht alle, die Leiterin war meinem Blick gefolgt. Frau Schmitz hat immer einige Kassetten dem Hilfsdienst blinder Strafgefangener geliehen. Ich trat an das Regal, Primo Levi, Elie Wiesel, Thaddeus Borowski, Jean Amery. Die Literatur der Opfer, neben den autobiografischen Aufzeichnungen von Rudolf Höss, Hannah Arendts Bericht über Eichmann in Jerusalem und wissenschaftliche Literatur über Konzentrationslager. Hat Hannah das gelesen? Sie hat die Bücher jedenfalls mit Bedacht bestellt. Ich habe ihr schon vor mehreren Jahren eine allgemeine KZ-Bibliografie besorgen müssen und dann hat sie mich vor ein oder zwei Jahren gebeten, ihr Bücher über Frauen in KZs zu nennen, Gefangene und Wärterinnen. Ich habe an das Institut für Zeitgeschichte geschrieben und eine entsprechende Spezialbibliografie geschickt bekommen. Nachdem Frau Schmitz Lesen gelernt hat, hat sie gleich angefangen, über KZs zu lesen. Über dem Bett hingen viele kleine Bilder und Zettel. Ich knete mich auf das Bett und las. Es waren Zitate, Gedichte, kleine Meldungen, auch Kochrezepte, die Hannah notiert oder wie die Bildchen aus Zeitungen und Zeitschriften ausgeschnitten hatte. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Wolkenschatten flehen über Felder. Die Gedichte waren alle voller Naturfreude und Sehnsucht und die Bildchen zeigten frühlingshellen Wald, blumenbunte Wiesen, Herbstlaub und einzelne Bäume, eine Weide am Bach, einen Kirschbaum mit reifen roten Kirschen, eine herbstlich-gelb- und orangeflammende Kastanie. Ein Zeitungsfoto zeigte einen älteren und einen jüngeren Mann in dunklen Anzügen, die einander die Hand gaben, und in dem jüngeren, der sich vor dem älteren verbeugte, erkannte ich mich. Ich war Abiturient und bekam bei der Abiturfeier vom Rektor einen Preis überreicht. Das war lange, nachdem Hannah die Stadt verlassen hatte. Hatte sie, die nicht las, die lokale Zeitung, in der das Foto erschienen war, damals abonniert? Jedenfalls mußte sie einigen Aufwand getrieben haben, um von dem Foto zu erfahren und es zu bekommen. Und während des Prozesses hatte sie es gehabt. Dabei gehabt? Ich spürte wieder die Tränen in Brust und Hals. Sie hat mit ihnen lesen gelernt. Sie hat sich in der Bibliothek die Bücher geliehen, die sie auf Kassette gesprochen haben, und Wort um Wort, Satz um Satz verfolgt, was sie gehört hat. Das Kassettengerät hat das viele Ein- und Ausschalten, Vor- und Zurückspulen nicht lange ausgehalten, ging immer wieder kaputt, mußte immer wieder repariert werden. Und weil es dafür Genehmigungen braucht, habe ich schließlich mitgekriegt, was Frau Schmitz macht. Sie wollte es zunächst nicht sagen, aber als sie auch zu schreiben begann und mich um ein Buch mit Schreibschrift bat, hat sie es nicht länger zu verbergen versucht. Sie war auch einfach stolz, daß sie es geschafft hatte und wollte ihre Freude mitteilen. Ich hatte, während sie sprach, weiter mit dem Blick auf die Bilder und Zettel gekniet und die Tränen niedergekämpft. Als ich mich umdrehte und aufs Bett setzte, sagte sie, sie hat so darauf gehofft, daß sie ihr schreiben. Sie bekam nur von ihnen Post. Und wenn die Post verteilt wurde und sie fragte, kein Brief für mich, meinte sie mit Brief nicht das Päckchen, in dem die Kassetten kamen. Warum haben sie nie geschrieben? Ich schwieg wieder, ich hätte nicht reden, ich hätte nur stammeln und weinen können. Sie ging zum Regal, griff eine T-Dose, setzte sich neben mich und nahm ein gefaltetes Blatt aus der Tasche ihres Kostüms. Sie hatten mir einen Brief hinterlassen, eine Art Testament. Ich lese Ihnen vor, was Sie betrifft. Sie faltete das Blatt auf. In der lila T-Dose ist noch Geld. Geben Sie es Michael Berg. Er soll es mit den siebentausend Mark, die auf der Sparkasse liegen, der Tochter geben, die mit ihrer Mutter den Brand der Kirche überlebt hat. Sie soll entscheiden, was damit geschieht. Und sagen Sie ihm, ich grüße ihn. Sie hatte mir also keine Nachricht hinterlassen. Wollte sie mich kränken? Wollte sie mich strafen? Oder war ihre Seele so müde, dass sie nur noch das Allernötigste hatte tun und schreiben können? Wie war sie all die Jahre? Ich wartete, bis ich weiterreden konnte. Und wie war sie die letzten Tage? Über viele Jahre hat sie hier gelebt, wie in einem Kloster. Als hätte sie sich freiwillig hierher zurückgezogen, als hätte sie sich der hiesigen Ordnung freiwillig unterworfen, als sei die einigermaßen eintönige Arbeit eine Art Meditation. Bei den anderen Frauen, zu denen sie freundlich, aber distanziert war, genoß sie besonderes Ansehen. Mehr noch, sie hatte Autorität, wurde um Rat gefragt, wenn es Probleme gab. Und wenn sie bei einem Streit dazwischen ging, wurde akzeptiert, was sie entschied, bis sie sich vor einigen Jahren aufgab. Sie hatte immer auf sich gehalten, war bei ihrer kräftigen Gestalt doch schlank und von peinlicher gepflegter Sauberkeit. Jetzt fing sie an, viel zu essen, sich selten zu waschen, sie wurde dick und roch. Sie wirkte dabei nicht unglücklich oder unzufrieden, eigentlich war es, als hätte der Rückzug ins Kloster nicht mehr genügt. Als gehe es selbst im Kloster noch zu gesellig und geschwätzig zu, und als müsse sie sich daher weiter zurückziehen, in eine einsame Klause, in der einen niemand mehr sieht und aussehen, Kleidung. Und Geruch keine Bedeutung mehr haben. Nein, dass sie sich aufgegeben hat, war falsch gesagt. Sie hat ihren Ort neu definiert, in einer Weise, die für sie gestimmt, aber die anderen Frauen nicht mehr beeindruckt hat. Und die letzten Tage? Sie war wie immer. Kann ich sie sehen? Sie nickte, blieb aber sitzen. Kann einem die Welt in Jahren der Einsamkeit so unerträglich werden? Bringt man sich lieber um, als aus dem Kloster, aus der Einsiedelei wieder in die Welt zurückzukehren? Sie wandte sich mir zu. Frau Schmitz hat nicht geschrieben, warum sie sich umgebracht hat, und Sie sagen nicht, was zwischen Ihnen beiden gewesen ist und vielleicht dazu geführt hat, dass Frau Schmitz sich in der Nacht vor dem Tag umbringt, an dem Sie sie abholen wollten. Sie faltete das Blatt zusammen, steckte es ein, stand auf und strich den Rock glatt. Mich trifft Ihr Tod, wissen Sie? Und im Moment bin ich zornig auf Frau Schmitz und auf Sie. Aber gehen wir. Sie ging wieder voraus, diesmal wortlos. Hanna lag auf der Krankenstation, in einer kleinen Kammer. Wir konnten gerade zwischen Wand und Trage treten. Die Leiterin schlug das Tuch zurück. Hanna war ein Tuch um den Kopf gebunden worden, um das Kinn bis zum Eintritt der Todesstarrer hochzuhalten. Das Gesicht war weder besonders friedlich noch besonders qualvoll. Es sah starr und tut aus. Als ich lange hinschaute, schien im Totengesicht das Lebende auf, im Alten das Junge. So muß es alten Ehepaaren gehen, dachte ich. Für sie bleibt im Alten Mann der Junge aufgehoben. Und für ihn die Schönheit und Anmut der jungen Frau in der Alten. Warum hatte ich den Aufschein vor einer Woche nicht gesehen? Ich mußte nicht weinen. Als die Leiterin mich nach einer Weile fragend ansah, nickte ich. Und sie breitete das Tuch wieder über Hannas Gesicht. Es wurde Herbst, bis ich Hannas Auftrag erledigte. Die Tochter lebte in New York. Und ich nahm eine Tagung in Boston zum Anlass, ihr das Geld zu bringen. Einen Scheck über den Betrag des Sparbuchs und die Teedose mit dem Bargeld. Ich hatte ihr geschrieben, mich als Rechtshistoriker vorgestellt und den Prozess erwähnt. Ich wäre dankbar, sich sprechen zu können. Sie lud mich zum Tee ein. Ich fuhr mit dem Zug von Boston nach New York. Die Wälder prunkten in braun, gelb, orange, rotbraun und braunrot und in flammenden, leuchtenden, rotes Ahorn. Mir kamen die Herbstbilder in Hannas Zelle in den Sinn. Als ich vom Rollen der Räder und Schaukeln des Wagens müde wurde, träumte ich von Hanna und mir in einem Haus in den Herbstbunten Hügeln, durch die der Zug fuhr. Hanna war älter, als ich sie kennengelernt und jünger, als ich sie wieder getroffen hatte, älter als ich, schöner als früher, mit dem Alter noch gelassener in ihren Bewegungen und in ihrem Körper noch mehr zu Hause. Ich sah sie aus dem Auto steigen und Einkaufstüten auf die Arme nehmen, sah sie durch den Garten ins Haus gehen, sah sie die Einkaufstüten abstillen und vor mir die Treppe hinaufsteigen. Die Sehnsucht nach Hanna wurde so stark, dass sie weh tat. Ich wehrte mich gegen die Sehnsucht, hielt ihr entgegen, sie gehe an Hannas und meiner Realität völlig vorbei, an der Realität unseres Alters, unserer Lebensumstände. Wie sollte Hanna, die nicht Englisch sprach, in Amerika leben? Und Autofahren konnte sie auch nicht. Ich wachte auf und wußte wieder, dass Hanna tot war. Ich wußte auch, dass die Sehnsucht sich an ihr festmachte, ohne ihr zu gelten. Es war die Sehnsucht danach, nach Hause zu kommen. Die Tochter lebte in New York in einer kleinen Straße in der Nähe des Central Park. Die Straße war beidseitig von alten Reihenhäusern aus dunklem Sandstein gesäumt, bei denen Treppen aus demselben dunklen Sandstein in den ersten Stock führten. Das gab ein strenges Bild, Haus hinter Haus, die Fassaden nahezu gleich, Treppe hinter Treppe, Straßenbäume, erst unlängst in regelmäßigen Abständen gepflanzt, mit wenigen gelben Blättern an dünnen Ästen. Die Tochter servierte den Tee vor großen Fenstern mit Blick in die kleinen Gärten des Häusergefierts, mal grün und bunt und mal nur eine Ansammlung von Grümpel. Sobald wir saßen, der Tee eingeschenkt, der Zucker hineingegeben und umgerührt worden war, wechselte sie vom Englischen, worin sie mich begrüßt hatte, ins Deutschen. Was führt sie zu mir? Sie fragte nicht freundlich und nicht unfreundlich. Der Ton war von äußerster Sachlichkeit. Alles an ihr wirkte sachlich. Haltung, Gestik, Kleidung. Das Gesicht war eigentümlich alterslos. So sehen Gesichter aus, die geliftet worden sind. Aber vielleicht war es auch unter dem frühen Leid erstarrt. Ich versuchte vergebens, mich an ihr Gesicht während des Prozesses zu erinnern. Ich erzählte von Hannas Tod und Auftrag. Warum ich? Ich vermute, weil sie die einzige Überlebende sind. Was soll ich damit? Was immer sie für sinnvoll halten. Und Frau Schmitz damit die Absolution geben? Zuerst wollte ich abwehren, aber Hanna verlangte in der Tat viel. Die Jahre der Haft sollten nicht nur auferlegte Sühne sein. Hanna wollte ihnen selbst einen Sinn geben, und sie wollte mit dieser ihrer Sinngebung anerkannt werden. Ich sagte das. Sie schüttelte den Kopf. Ich wußte nicht, ob sie damit meine Deutung ablehnen oder Hanna die Anerkennung verweigern wollte. Können sie ihr nicht die Anerkennung ohne die Absolution geben? Sie lachte. Sie mögen sie nicht, wa? Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zueinander gewesen? Ich zögerte einen Moment. Ich war Ihr Vorleser. Es fing an, als ich 15 war, und ging weiter, als sie im Gefängnis saß. Wie haben Sie? Ich habe Ihr Kassetten geschickt. Frau Schmitz war fast ihr ganzes Leben lang Analphabetin. Sie hat erst im Gefängnis lesen und schreiben gelernt. Warum haben Sie das alles gemacht? Wir hatten, als ich 15 war, eine Beziehung. Sie meinen, Sie haben zusammen geschlafen? Ja. Was ist diese Frau brutal gewesen? Haben Sie es verkraftet, dass Sie sie mit 15... Nein, Sie sagen selbst, dass Sie ihr wieder vorzulesen begonnen haben, als sie im Gefängnis war. Haben Sie jemals geheiratet? Ich nickte. Und die Ehe war kurz und unglücklich. Und Sie haben nicht wieder geheiratet. Und das Kind, wenn es eines gibt, ist im Internat. Das trifft für Tausende zu. Dazu braucht es keine Frau Schmitz. Hatten Sie, wenn Sie in den letzten Jahren mit ihr Kontakt hatten, jemals das Gefühl, dass sie wußte, was sie Ihnen angetan hat? Ich zuckte mit den Schultern. Jedenfalls wußte sie, was sie anderen im Lager und auf dem Marsch angetan hat. Sie hat mir das nicht nur gesagt, sie hat sich in den letzten Jahren im Gefängnis auch intensiv damit beschäftigt. Ich berichtete, was mir die Leiterin der Anstalt erzählt hatte. Sie stand auf und ging mit großen Schritten im Zimmer auf und ab. Um wie viel Geld geht es denn? Ich ging zur Garderobe, wo ich meine Tasche gelassen hatte, und kam mit Scheck und Teeduse zurück. Hier. Sie sah auf den Scheck und legte ihn auf den Tisch. Die Duse öffnete sie, leerte sie, schloß sie wieder und hielt sie in der Hand. Den Blick fest darauf gerichtet. Als Mädchen hatte ich eine Teedose für meine Schätze. Keine wie diese, obwohl es diese Teedosen damals auch schon gab, sondern eine mit kyrillischen Schriftzeichen. Der Deckel nicht zum Reindrücken, sondern zum Drüberstülpen. Ich habe sie bis ins Lager gebracht. Dort wurde sie mir eines Tages gestohlen. Was war drin? Was wohl? Eine Locke von unserem Pudel? Eintrittskarten von Opern, zu denen mein Vater mich mitgenommen hat? Ein Ring irgendwo gewonnen oder in einer Packung gefunden? Gestohlen wurde mir die Dose nicht wegen des Inhalts. Die Dose selbst und was man mit ihr machen konnte, war im Lager viel wert. Sie stehnte die Dose auf den Scheck. Haben Sie einen Vorschlag für die Verwendung des Geldes? Es für irgendwas zu verwenden, was mit dem Holocaust zu tun hat, käme mir wirklich wie eine Absolution vor, die ich weder erteilen kann noch will. Für Analphabeten, die lesen und schreiben lernen wollen, da gibt es sicher gemeinnützige Stiftungen, Vereinigungen, Gesellschaften, denen man das Geld geben könnte. Sicher gibt es die. Sie dachte nach. Gibt es auch entsprechende jüdische Vereinigungen? Sie können sich darauf verlassen, dass, wenn es Vereinigungen für etwas gibt, es auch jüdische Vereinigungen dafür gibt. Analphabetismus ist allerdings nicht gerade ein jüdisches Problem. Sie schoben mir den Scheck und das Geld hin. Machen wir es so. Sie machen sich kundig, was für einschlägige jüdische Einrichtungen es gibt, hier oder in Deutschland, und überweisen das Geld auf das Konto der Einrichtung, die Sie am meisten überzeugt. Sie können ja, sie lachte, wenn die Anerkennung sehr wichtig ist, das Geld im Namen von Hanna Schmitz überweisen. Sie nahm wieder die Dose in die Hand. Inzwischen liegt das alles zehn Jahre zurück. In den ersten Jahren nach Hannas Tod haben mich die alten Fragen gequält, ob ich sie verleugnet und verraten habe, ob ich ihr etwas schuldig geblieben bin, ob ich schuldig geworden bin, indem ich sie geliebt habe, ob ich und wie ich mich von ihr hätte lossagen, loslösen müssen. Manchmal habe ich mich gefragt, ob ich für ihren Tod verantwortlich bin. Und manchmal war ich zornig auf sie und über das, was sie mir angetan hat, bis der Zorn kraftlos und die Fragen unwichtig wurden. Was ich getan und nicht getan habe und sie mir angetan hat, es ist nun eben mein Leben geworden. Den Vorsatz Hannas und meine Geschichte zu schreiben, habe ich bald nach ihrem Tod gefasst. Seitdem hat sich unsere Geschichte in meinem Kopf viele Male geschrieben, immer wieder ein bisschen anders, immer wieder mit neuen Bildern, Handlungs- und Gedankenfetzen. So gibt es neben der Version, die ich geschrieben habe, viele andere. Die Gewähr dafür, dass die Geschriebene die richtige ist, liegt darin, dass ich sie geschrieben und die anderen Versionen nicht geschrieben habe. Die geschriebene Version wollte geschrieben werden, die vielen anderen wollten es nicht. Zuerst wollte ich unsere Geschichte schreiben, um sie loszuwerden. Aber zu diesem Zweck haben sich die Erinnerungen nicht eingestellt. Dann merkte ich, wie unsere Geschichte mir entglitt und wollte sie durchs Schreiben zurückholen. Aber auch das hat die Erinnerung nicht hervorgelockt. Seit einigen Jahren lasse ich unsere Geschichte in Ruhe. Ich habe meinen Frieden mit ihr gemacht. Und sie ist zurückgekommen, Detail um Detail und in einer Weise rund, geschlossen und gerichtet, dass sie mich nicht mehr traurig macht. Was für eine traurige Geschichte, dachte ich lange. Nicht, dass ich jetzt dächte, sie sei glücklich. Aber ich denke, dass sie stimmt und dass daneben die Frage, ob sie traurig oder glücklich ist, keinerlei Bedeutung hat. Jedenfalls denke ich das, wenn ich einfach so an sie denke. Wenn ich jedoch verletzt werde, kommen wieder die damals erfahrenen Verletzungen hoch. Wenn ich mich schuldig fühle, die damaligen Schuldgefühle. Und in heutiger Sehnsucht, heutigem Heimweh, spüre ich Sehnsucht und Heimweh von damals. Die Schichten unseres Lebens ruhen so dicht aufeinander auf, dass uns im Späteren immer Früheres begegnet. Nicht als Abgetanes und Erledigtes, sondern gegenwärtig und lebendig. Ich verstehe das. Trotzdem finde ich es manchmal schwer erträglich. Vielleicht habe ich unsere Geschichte doch geschrieben, weil ich sie loswerden will, auch wenn ich es nicht kann. Hannas Geld habe ich gleich nach der Rückkehr aus New York unter ihrem Namen der Jewish League Against Illiteracy überwiesen. Ich bekam einen kurzen, computergeschriebenen Brief, in dem die Jewish League Miss Hanna Schmitz für ihre Spende dankte. Mit dem Brief in der Tasche bin ich auf den Friedhof zu Hannas Grab gefahren. Es war das erste und einzige Mal, dass ich an ihrem Grab stand.